Naja, hab ich gesagt, ja. Unsere Map. Man, hab ich gesagt, jedem seins, gell? Also, wenn du jetzt, wenn du jetzt sagst, du willst zocken mit deiner Frau zusammen, euch ein kleines Häuschen, ne, so, warum nicht? Ist ja jedem, wie soll ich sagen, jedem seins überlassen. Und ich finde es auch schön, dass er auch so offen drüber redet, weißt du? Ja, wem redet ihr? Über einen Kollegen. Irgend von ihm. Was ist mit ihm nochmal? Ich hab nicht verstanden. Redet, spät zockt er mit seinen Freunden. Der hat eine Freundin, der ist verheiratet. Und, ähm, die haben für sich entschieden, dass sie keine Kinder wollen, sondern die konzentrieren sich halt eher auf sich und auf das Zocken, so, weißt du? Ja. Fahnen sich auch nicht fest an. Ja, kann man. Ich bin mir diese Zeit noch nicht reif, um überhaupt Kinder oder Kinderwunsch zu haben. Ich lasse mich frei, ich lasse mich selber. Spritze? Ja. Der kennt bei sich hinten irgendwo. Ja. Hab ich noch nicht gesehen. Wo ist der Mordok? Ah. Hab ich nicht gesehen. Hier, hinter mir war der. Der ist auf jeden Fall in der Mitte über der Frage. Ah. Ja, Mann, ach, komm, ich dachte, der ist da hingra... Nein, du. Der spielt stark, Digga. Guck mal. Ja, ja, ja. Nein, Bruder, das sind doch Bots, du weißt doch. Aber die sind schlecht, Bruder. Die Ausbildung ist vorbei. Mal sehen, was ihr könnt. So, Zielposition vorrücken. Hm, ich weiß Bescheid. Hab ihn. Bleib mal in der Mitte. Der ist Mütze. Der ist Mütze. Ja. Er kommt hier und warte, du links, ich rechts. Der hat keine Chance, Bruder. Ja, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier. Der geht wieder runter. Der ist hier. Ah, Digga. Der ist aber gut, Digga. Der ist taktisch. Was heißt taktisch, Bro? Der ist dumm. Ja, was? Der weiß, dass ich mich gut da hören. Ja, okay. Oder wir müssen einfach, wie wir jetzt spielen. Einen Schuss. Oh nein, Granatenwerfer. Was ist los? Spiel, du? Spiel, wie die CIA das macht. Warum? Hit chest. Amrasikin. Ey, Spitzer. Hier ist ein Mann. Hallo. Habt ihr nasikin? Hallo. Hallo. Was geht? Nix bei dir, da wieso so leise? Ja komm, ich gehe gleich spülen, ich gehe gleich spülen Oder das schleift ja alles durch Oh, der schleift ja alles durch Ich bin zu 30 Ich bin zu 30 Ich bin zu 30 Ich bin zu 30 ausstehen, Junge Freu dich Schlafen, Junge Schlaubert du doch nicht gegen Arbeit, Junge Ich schlaf auf Arbeit Gehehehehe Gehehehe War der Stutze? Wer wichst da nicht? Ja Alle wichsen Ich bin auch ein Wichser, weißt du Was liegt hier für ein Wiederschnitt da ist Ich spiel in WoW als COD glaub ich Oder was das da ist Ich spiel Digimon Verlängerung, sichert die Flagge Er spielt einfach Digimon Warmer Digga Warmer Digga Ja, wo bist du schwanger? Der Haltmann für erneuten Einsatz Soll zum Boah Ich weiß nicht warum Ey, diese Raketenwehrfahrter Ich hasse es Die zumpfen Oh no Digga, wir bekommen gescheiße Grünes Licht, grünes Licht Gehehehe Er ist vorne Ok Jungs, die Wichser nicht schlafen Markiere das Bebund Gut Nachts Gut Schlechtle Wegpunkt markiert Bewegung Wir haben ihre Serie gebrochen Weiter so Oh nicht hier, Hadi Allah Sieht alle Kontakte als feindlich an Wer war da hinten? Wann wo ballert der? Es liegt jetzt an dir Ja, der geht wieder im Gericht schon gut aus Ja, sehr stark Nicht übermütig werden Diese Leistung müssen wir nochmal bringen Komm, weg mit der MG, bitte weg Bitte Sniper Einzig Schuss Waffenfreigabe Ihr könnt angreifen Ich hab ihn Yallah Feind geblendet Ich wollte gerade aufhören Ich wollte gerade aufhören Ich wollte gerade aufhören Arda Was aufhören Was aufhören Digga Guck diese Motherfucker Arda Alive Arda hör auf so hübsch zu sein Dann f*** ich dich Was aufhören Juden Was aufhören Ich bin der Das Gardero Bär vorne? Nicht? Okay. Ein Schuss! Fick ihn! Deine Waffe! Verlängerung! Über diese Flagge! Wow! Wow, Dicke! Der Bot! Du hast recht, ich bin besser mit Einzelschusswaffen. Ja, irgendwie schon. Irgendwie wahnsinnig. Das ist deine Mainwaffe, glaube ich. Aber warum auch immer. Kann ich nicht verstehen. Krass, gell. Die Regionszeit läuft. Ich bin den ganzen Schuss zu, Chris. Fuck, Mann. Egal. Egal, egal, oder egal, 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 egal. Jetzt, jetzt, jetzt. Wir machen für erneuten Einsatz. Ah, Armbrust. Okay, doch nicht. Ja, mit Armbrust könnt ihr nicht spielen, ihr dummen Wichser. Weil ihr Bot seid. Schaut irgendeinen behinderten Youtube-Account. Ihr repräsentiert die Firma. Saubere Arbeit. Schnelle Arbeit. Hä? Boah, der hat mich geholt, oder? Schatz. Hä, ich bin schlecht grad. Ich weiß, was... Nein. Guck mal, wie der mich geholt hat. Ach, fuck. Ah, Alter. Jetzt, 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 jetzt. Ja, 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 ja. Die haben keinen Aim, fick die. Seht alle Kontakte als feindlich an. Fickt ihren Arsch. Er kommt hier bei uns, glaub ich, der Pisser. Da, hier, hinter uns, hinter uns. In der Spawn. Da. Ja, ja, ja. Ey, du musst jetzt ficken. Wer fickt die, bitte, fickt Tim. Links. Nein, du stehst offen. Flagge. Flagge. Verlehrung. Erober diese Flagge. Hä? Nein! Ich wollt den boxen! Wir kämpfen besser an einem anderen Tag weiter. Egal, Bruder. Ich war so aufgeregt. Eigentlich wär das unsere Runde mit Pistole. Davon erholen wir uns nicht. Egal, eine Runde mach ich noch mit dir.